Na, Fräulein Fröhlich, möchtest du noch mal deinen Schredderball haben? Ja, soll ich den noch mal eine Runde rausrücken? So, das ist jetzt aber für Mondi, ne? Für Fräulein Fröhlich. Achtung, Fräulein Fröhlich, guck nach oben. Mondi, hier ist er. Dein schöner Schredderball. Und los! Jawoll! Fräulein Fröhlich mit ihrem Schredderball. Jawoll, jawoll, jawoll. Darf die Mondi mal kurz alleine, ne? Genau. Prima! Prima! Verstau'nst du, ne, Kalle? Und die macht wieder Schnee. Hier, Fräulein Schredderball. Schon fertig? Schon fertig geschreddert? Ja, ihr dürft kontrollieren gehen. Du willst ihn jetzt auch noch eine Runde haben, Kalle? Da wirst du Schwierigkeiten kriegen. Ja, ich würde mal wieder einschufen. Meine Wurde, ich bin ja relativ und fertig. Ich muss noch nicht drauf schießen. Ich bin ich einfach nur noch zwei Sachen. Ich bin noch ein paar Sachen. Ich bin noch froh, wie ein paar Sachen. Ich bin jetzt so ein paar Sachen. Verstau'nst du, посмотр'n Taufchen. Na, Mondi, ist er leer? Ja, hast du leer gemacht? Meinst du, der Kalle darf einmal kurz? Kalli, wo bist du? Guck mal, geh mal gucken. Traut er sich nicht mehr. Sheila, geht mal gucken. Kalle, guck mal, Mondi hat den Ball liegen lassen. Den Schredderball, den leeren. Vielleicht dürftest du ja einmal. Mal probieren. Sieht nicht so aus. Ist auch leer noch, Ira. Dann räumen wir den jetzt mal wieder ein, okay? Beziehungsweise ich wahrscheinlich.